Ja hallo, mein Name ist Joseph Hüttl. Ich habe über unsere Agentur weit über 50 Jahre Firmen, also Geschäfte, aufgebaut, Network-Marketing-Organisationen aufgebaut, als Geschäftsaufbauunterstützer, als Networker, wie auch immer. Und seit den letzten 5 bis 7 Jahren haben wir uns, unsere Agentur, die Transvolt Consulting International, darauf konzentriert und spezialisiert, um ausschließlich für Unternehmer als Geschäftsaufbauorganisation oder Organisationsunterstützer zur Verfügung zu stellen. Also, wenn Sie sich interessieren wollen, oder wenn er Sie interessiert, wie Sie in Zukunft ohne gewaltige Betriebsausgaben, also ohne Personalkosten, ohne Mietkosten und so weiter, von Ihrem Wohnsitz aus, egal, hoffentlich im Grünen, ein internationales Network, also Online-Network-Marketing aufbauen wollen, mit uns gemeinsam als Kooperationspartner, also mit unserer Agentur, wie gesagt, über 50 Jahre Berufserfahrung, in dieser Network-Marketing-Szene. Und, ja, das ist ein Angebot, das wir ausgesuchten Partnern dann bieten, um gemeinsam dann unter unserer, ja, Unterstützung und mit unserem Know-how eben die richtigen Partner zu finden, das richtige Werkzeug, also die richtigen Tools und so weiter. Also, alles das im Hintergrund mit weiteren Kooperationspartnern, mit denen wir ja zusammenarbeiten viele Jahre, dann sozusagen dieses Business aufbauen, oder gemeinsam aufbauen. Es erfolgt halt in Form einer Kooperation mit einer Beteiligungsprovision, und somit ist es eine Win-Win-Situation, weil, einerseits, ohne unserer Unterstützung vielleicht der Unternehmer oder sich drei-, viermal starten müssten, bis sie das Know-how haben, das Wissen, wie funktioniert dieses Network-Marketing wirklich. Und, ja, in der Zeit wahrscheinlich viel Geld investiert haben und auch viel Zeit investiert haben und natürlich auch den Frust, weil es nicht funktioniert hat, das können wir garantieren, dass wir wissen, mit wem geht's, mit wem funktioniert's nicht, wer ist ein Schlitzer, wer ist ehrlich, weil ich ja die letzten 50 oder 55 Jahre nichts anderes gemacht habe, also immer dieses Personal, also die Führungskräfte herauszufiltern und die dann zu empfehlen zu den jeweiligen Freunden oder Partnern. Genau das mache ich jetzt auch, aber nicht mehr für irgendeine Network-Unternehmer, sondern für Unternehmer, die mit unserer Agentur, DWC, Transport Consulting International, eine vertragliche Vereinbarung haben und wo man für die dann oder mit denen dieses Business dann aufbauen. Wenn das interessiert, einfach Info-Anfrage ausfüllen und absenden, aber nicht vergessen, unbedingt Skype-Adresse, denn ich werde nur mit Skype-Adresse, nachdem die Rückmeldung bestätigt ist, dass ich sie kontaktieren kann oder kontaktieren darf, Datenschutzgesetz oder Datenschutzverordnung, sagt ja erst dann, wenn wir ein Opt-in, beziehungsweise ein Doppel-Opt-in haben, dann kann ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen, und dann können wir in aller Ruhe darüber reden, wie das funktionieren könnte. Da machen wir mal eine kurze Analyse und dann ein Beratungsgespräch und wenn es dann so sein sollte, dann wird eine vertragliche Vereinbarung gemacht und wir können, wenn alles unter Dach und Fach ist, loslegen. Ja, das ist das, was ich jetzt bis ans Ende meiner Tage noch organisiere und tue und mache, indem ich heute Führungskräfte herausfiltere, diese dann zu den Vertragspartnern unserer Agentur dann hin weitervermittle oder weiterempfehle und die dann auch einpflege, das ist das ganz Wichtige, dass auch die dann in das Geschäft hineinkommen und wissen, wie es funktioniert. Also, dass auch alle, die wir hier einpflegen, dann auch den entsprechenden Sponsor kriegen, das Tool, die Tools, die Werkzeuge und so weiter. Also, hier von meiner Seite ist es rein alles aus der Praxis für die Praxis. Also, ich bin ein Praktiker, ich habe tausende von Leuten aufgebaut und hier ins Geldverdienen gebracht. Jetzt mache ich es halt als Privatier, als im Ruhestand, als Privatier, als Netwerker-Privatier, um den Partnern, die sie das leisten wollen und leisten können, ihr Business hier professionell aufzubauen beziehungsweise mit aufbauen zu lassen. Wie gesagt, wenn das für Sie interessant ist, Kontakt aufnehmen, reden wir darüber in Ruhe und schauen wir. Denn, dass sich das Business auszahlt, das ist auf alle Fälle sicher, denn ich kenne es seit meinem 20. Lebensjahr. Jetzt bin ich 77, also kannst du ausrechnen, wie lange ich in dieser Szene bin. Ich bin kein Marktschreier und kein Halligalli und Wahre Superspieker, sondern Praktiker. Also, ich kann, das ist halt meine Stärke, ich kenne die ganzen Schlitzhöhren und ich weiß, wer ist brauchbar, wer ist nicht brauchbar, wer passt in ein Team und wer passt dort nicht hinein. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Aufbaufase und auch die Auswahl des Network-Unternehmens. Ganz, ganz wichtig. Das muss auch zu dem Unternehmer, also dem Quereinsteiger, Neueinsteiger passen. Wenn das nicht passt, funktioniert es auch nicht. Also, bin gespannt, wenn Sie Interesse haben, wie gesagt, zuerst einmal reden wir mal darüber, schauen wir mal, ob es für Sie passt. Wenn ja, kann Ihnen diese Machbarkeitsgarantie, die kann Ihnen ergeben. Ob die durchführbar dann ist, mit Ihnen, das hängt natürlich zu 70% von Ihnen auf, weil das Verhältnis ist immer 70-30. Also, ja, mit dem entsprechenden Input gibt es auch das entsprechende Output. Also, wir werden schauen, was wir machen können. Also, alles Liebe, unten steht unsere Anfrage, bitte ausfüllen und absenden. Dann reden wir. Alles Liebe, tschüss, papa.